Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute stelle ich euch die Seagate Central vor, eine Art Cloud-Speicher für zu Hause. Das Gerät wird einfach per LAN-Kabel in das Netzwerk integriert und kann die darauf gespeicherten Daten dann an PCs bzw. Macs, Fernseher, Tablets usw. streamen. Alles weitere erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Im Lieferumfang befindet sich neben der Seagate Central selbst noch ein Ethernet-Kabel, ein Netzstecker mit zwei Aufsätzen, einmal für Deutschland und einmal für Großbritannien und zu guter Letzt noch eine kleine Anleitung. Bei dem Gerät handelt es sich um einen Netzwerkspeicher, der wahlweise mit 2, 3 oder sogar 4 TB Speicher erhältlich ist. Nach kurzer und simpler Einrichtung integriert sich die Central in das heimische Netzwerk und ist direkt für alle anderen Geräte, die sich ebenfalls in diesem Netzwerk befinden, erreichbar. Kopieren wir beispielsweise ein Video vom Mac auf die Central, kann es umgehend vom Smartphone, Tablet oder auch dem Fernseher abgespielt werden. Andersherum lassen sich aber auch Daten von mobilen Geräten an die eigene Cloud übertragen. Für iOS, Android und Samsung Smart TVs ist eine praktische App erhältlich, mit der man die Daten abspielen oder hin und her kopieren kann. Für Macs und PCs benötigt man nicht mal eine Zusatzsoftware, hierbei taucht die Central einfach im Finder bzw. Explorer im jeweiligen Netzwerkbereich auf. Außerdem kann man mit jedem normalen Webbrowser ebenfalls auf die Central zugreifen und sogar ein Fernzugriff über das mobile Datennetz oder ein fremdes WLAN ist mit den richtigen Zugangsdaten möglich. Für viele andere Geräte, die jetzt noch nicht genannt wurden, wie z.B. Smart TVs von anderen Herstellern bzw. Spielekonsolen oder ähnlichen Geräten, ist die Nutzung per DLNA möglich. Die Schreibgeschwindigkeit zwischen einem Gerät, das per Ethernet angeschlossen ist, und der Central ist wirklich gut und liegt im Gigabit-Heimnetz bei ca. 30-35 MB pro Sekunde. Lediglich die WLAN-Übertragung könnte ein bisschen schneller sein. Der USB-Port auf der Rückseite dient leider nicht zur schnelleren Datenübertragung größerer Dateien, sondern lediglich zum Integrieren einer normalen Festplatte bzw. eines USB-Sticks in das Netzwerk. Das Design ist schlicht und simpel, wirkt aber dennoch recht elegant. Nach oben hin haben wir eine Art Gitter, da sich hier drunter die Lüfter befinden und auf diesem Wege die Wärme abgeführt wird. Die Verarbeitung ist auf jeden Fall ziemlich hochwertig. Etwas negativ aufgefallen sind mir leider die zu lauten Lüfter. Sobald man die Central einschaltet, fangen diese nämlich hörbar an zu drehen und daher sollte das Gerät nicht unbedingt im Wohnzimmer oder Arbeitszimmer aufgestellt werden, sondern eher in einem Raum, in dem die Geräusche nicht stören. Ein An- bzw. Ausschalter ist nicht vorhanden, somit hilft leider nur Stecker ziehen, wenn man die Central nicht 24-7 am Laufen haben möchte. Ich persönlich habe sie z.B. in meinem Zimmer stehen und da wäre ein Schalter zum Ausmachen bei Nichtgebrauch wie z.B. nachts auf jeden Fall praktisch. Generell hat die Central erstmal einen Public-Ordner, auf den jeder, der sich im Heimnetzwerk befindet, zugreifen kann. Die Benutzeroberfläche bringt allerdings die Möglichkeit mit, einzelne Benutzer anzulegen und diesen ein Passwort zuzuweisen, somit hat dann nur diese Person Zugriff auf seinen eigenen Ordner. Auch das Erstellen von Backups ist mit der Central problemlos möglich. Sowohl diverse Programme als auch Apples Time Machine werden unterstützt. Aber aufgepasst, es befindet sich nur eine einzige Festplatte im Gehäuse der Central. Sollte diese mal kaputt gehen, sind sämtliche Backup-Daten verloren. Wer so ein Produkt speziell für diesen Anwendungsbereich anschaffen möchte, sollte lieber auf ein RAID-System zurückgreifen. In der App bzw. in der Benutzeroberfläche verstecken sich noch einige nette Features, wie z.B. das automatische Speichern von Social Media Inhalten oder aber auch das zur Verfügung stellen der eigenen iTunes Musik Mediathek, um dann ebenfalls von diversen Geräten darauf zugreifen zu können. Dann sind wir auch schon beim Fazit angekommen. Zusammengefasst gefällt mir das Design, die gute Verarbeitung und dass die Central mit nahezu jedem Netzwerk-fähigen Gerät funktioniert. Schreib- und Lesegeschwindigkeiten per Kabel sind super, per WLAN sind die Raten akzeptabel. Negativ finde ich nur, dass die Lüfter recht laut sind und dass es keinen An- bzw. Ausschalter gibt. Schön wäre außerdem noch, wenn man den USB-Slot zur Datenübertragung nutzen könnte, gerade wenn man die Central neu kauft und große Datenmengen darauf kopieren möchte, wäre diese Funktion wirklich hilfreich. Alles in allem gibt es dank des niedrigen Preises trotzdem eine Empfehlung. Die Seagate Central kostet nämlich nur ca. 50 Euro mehr als eine blanke Festplatte mit der jeweiligen Speicherkapazität. So ist die 2TB-Variante für aktuell 110 Euro erhältlich, die 3TB-Version für 160 Euro und zu guter Letzt die 4TB Central für 210 Euro. Das sind die Preise zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aktuelle Daten findet ihr, wenn ihr den ersten Link in der Videobeschreibung anklickt. Die Links zu Seagate selbst sind auch nochmal unten in der Beschreibung und dann bedanke ich mich auch schon fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar. Das würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut Leute, ciao!